Familienglück im Hause Schumacher. David, der gemeinsame Sohn der geschiedenen Eheleute Cora und Ralf, feiert seinen 18. Geburtstag im Kreis seiner Familie. Ein Foto mit Seltenheitswert. Zwar scheinen sich Cora und Ralf nach ihrer Scheidung 2015 nun wieder vertragen zu haben, doch eine gemeinsame Aufnahme mit ihrem Sohn haben wir so noch nie gesehen. Das ehemalige High-Society-Paar der deutschen Autorin-Szene macht es David und seiner Freundin nach. Auch Cora und Ralf posieren Arm in Arm und schmieden sich eng aneinander. Bei diesen intimen Szenen brodelt die Gerüchteküche. So und wann wird es offiziell, dass du und Ralf nochmal heiraten? Liebe liegt in der Luft und seid ihr wieder zusammen, liebe Cora, oder einfach nur gute Freunde? Fragen sich ihre Fans auf Instagram. Ja, auch für die Fangemeinde ist dieser Schnappschuss eine wahre Sensation. Nicht zuletzt, weil sie endlich wieder Rennfahrer Sohn David im Beisein seiner Eltern zu Gesicht bekommen. Der Kleine von damals ist ganz schön groß geworden und scheint als Rennfahrer in die Fußstapfen seiner Eltern zu treten. Wir lieben diese wiedervereinte und traute Aufnahme der Schumacher-Familie.